Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nadja Kamst du nicht mit? Nein, wirklich, die Arbeit lässt es nicht zu Schade So ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch Ich hab ein Buch geschrieben, bzw. das ist ein Manuskript. Der Verleger findet's scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir um die Ohren zu hauen. Darf ich's mal lesen? Auf keinen Fall! Versteh mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung an blöder Kommentar... Schon gut. Ich hab's verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch! Nadja Stecher ist Bademeister Echt jetzt? Zumindest der der letzte Nachtwehr hier war Riech mal! Na? Schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett, die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle Felix meinte, dass halte Nacht das Meer leuchtet. Hast du's schon mal gesehen? Ja! 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 Kann doch mit!